Mehr Obsteller? Bringt es an! Boah, ey! Oh, es ist knapp! Meine Fresse! Boah, ey! Ah, halt die Klappe! So! So, find the fruits! Ah, fruits! Jawoll! Jawoll! So! So, ich kann sie essen! Ah, auf 3 ist Früchte essen! Okay, vielleicht wird mir die Spitzhacke noch erklärt. Ich gehe erstmal weiter. Hey, was ist das in der Distanz? Smoke? Warte einen Moment! Ich bin nicht alleine! Ich sollte es aussehen! Ich kann schon wieder springen, ja, aber... Ich kann schon wieder springen, ja, aber... Boah, das war knapp! Hä? Ah, da vorne Steine kann ich zerkloppen! Ah, wie das aussieht! Ah, gut! Ah, gut! Ah, mehr geht nicht! Okay, das ist ein Feld erstellen! Oh! Something doesn't feel right. Überquere das Weizenfeld. Ich sehe aber noch keins. Ah, da vorne, okay. Oh, das sieht mir aber gefährlich aus. Gucke ich mich hin? Hm? More wolves? This can't be a coincidence. I need to get to that smoke before Nightfall to see who is there, and if they can help me. Das war jetzt aber knapp. Ah, okay, da kann er rutschen. Cool. Ah, nur Sprinte, du Pfeife. Meine Mutter war da, nur ein bisschen mehr. Da steht einer. Hallo? Are you? You are not the rescue party I expected. Why are you here, young man? What is your name? Hey, my name is Josh. My family and I were attacked by a ferocious pack of wolves last night. I managed to escape, but I have no idea where the rest of them are and how they're doing. I settled my camp not too far from here and then made my way through the mountains. And then saw your fire that left me here. What do you mean by rescue party? What happened? I'm so sorry, Josh. Josh, my squadron was out here seeking something evil. We were suddenly ambushed by a large creature that killed all of my squadron besides myself. I barely managed to survive. The beast was wild with rage. I hadn't seen anything like it since the dark wars. My mana was not able to regenerate since the encounter and it has been too risky to go out unprotected. Your mana? Are you a wizard? Did you fought in the dark wars? Yes. These stories are for another time. Outside, there's a ledge that will lead you to a small bridge that will lead you down a path to a field full of magic flowers. Quickly, go. OOHA! 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 Jetzt ist der Sound wieder da, okay. Meinte Alpini Fields, da ist die Brücke, die war meinte, glaube ich, oder? Ich habe eine Karte, ich habe keine Karte, scheiße. Ah, da sind sie doch. So, dann nehmen wir nochmal ein paar leuchtende Alpini-Flauern mit. Zurück zum alten Mann. Wenn ich da gleich hoch. Die Musik ist aber richtig schön episch. Die ist richtig geil, die Musik, die passt voll dazu. Darüber. Ah, ja. Okay. 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 Okay.